Hallo und herzlich Willkommen bei GameModron, mein Name ist Stratec und ja heute gibt es für euch ein Gewinnspiel. Hier nochmal alles, dazu was ihr tun müsst, was ihr bekommt. Es gibt zu verlosen 3 Nether Beta Keys, einmal, zweimal Contagion und einmal Counter-Strike Global Offensive. Wir gucken uns das Ganze mal kurz an oder beziehungsweise kurze Erklärung zu den Games. Nether, Nether habe ich bereits ein Video gemacht, der Link zu dem Video ist in der Videobeschreibung drin. Und Contagion ist ein Zombie-Survival-Spiel, was man miteinander zusammenspielt, bis zu 8 Mann auf einem Server. Es gibt ganz normal Missionen erfüllen mit mehr Mann und überleben natürlich. Dann gibt es einmal den PvP-Modus, wo man halt versuchen muss, seinen Gegner zu besiegen. Und das sind auch so viele, ich weiß, auch Zombies da unterwegs. Dann kann man selber zum Zombie werden und andere jagen, was halt neu ist, dass man selber als Zombie durch die Gegner und alles kaputt macht. Also alle anderen Spieler tötet und sucht, ist ziemlich cool. Und zumindest habe ich einmal kurz als Zombie gespielt, ganz normal so rumgelaufen. So als Zombie, als wäre ich ein ganz normaler NPC-Zombie. Und dann auf einmal, bam, auf den Gegner zugerannt, auf den komischen Spieler zugerannt und habe ihn gepackt. Und ja, leider habe ich nicht genug Schaden gemacht, um ihn zu töten, aber ich habe ihn gepackt. War schon mal ein guter Anfang. So, auf jeden Fall, Counter-Strike Global Offensive kennt ja so gut wie jeder, denke ich mal. Also es ist Counter-Strike, hallo. Das weiß ja auch jeder, was das ist. Das weitere, was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach, dieses Video einmal liken. Es auf Facebook teilen. Und ja, und dann einmal kurz das Game, welches ihr haben wollt, einmal kurz unten in die Comics rein, damit ich auch weiß, ja, was ihr haben wollt. Also wenn ihr jetzt, sag ich mal, Nether Beta Key haben wollt, dann schreibt einfach Nether rein. Wenn ihr im Counter-Strike Key haben wollt, dann schreibt das rein. Wenn ihr CSGO Key haben wollt, dann schreibt das rein. Wobei natürlich bei Nether, die wahrscheinlich am höchsten ist und bei CSGO am geringsten. Obwohl, ihr könnt ja auch gucken, was für Comics bereits gemacht worden sind und dann sagen, ja, das will ich haben. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Das wollte ich euch mal sagen. Ich wünsche euch viel Glück bei dem Gewinnspiel und viel Spaß an dieser Stelle mal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.